Die Firmen-TV-Redaktion empfiehlt folgendes Unternehmen. Sehen und gesehen werden, so lautet die Maxime im Unternehmen Staffelseeoptik im oberbayerischen Murnau. Der Traditionsbetrieb bietet maßgeschneiderte Seelösungen aus hochwertigen Materialien, die in der hauseigenen Meisterwerkstatt verglast werden. Von modischen Fern- und Nahbrillen über Sonnen- und Sportbrillen bis hin zu Kontaktlinsen. Augenoptikermeisterin Sandra Weiler und ihr sympathisches Team sorgen mit großer Leidenschaft dafür, dass Menschen nicht nur besser sehen, sondern sich auch zu 100% wohlfühlen. Ob Glasbestimmung, Führerscheinsehtest, Brillenanpassung oder Reparatur. Dank langjähriger Erfahrung und regelmäßiger Fortbildung können Sie sich hier auf beste Qualität verlassen. Freuen Sie sich auf einen kompetenten Rundum-Service mit Herz und eine Computer sowie videounterstützte Top-Beratung durch echte Experten. Staffelseeoptik – Ihr Partner für mehr Lebensqualität und Sicherheit.